Namaste und herzlich willkommen, ich bin Lydia und wenn dich Themen interessieren, die so vom normalen Weg, sag ich jetzt mal, abweichen, die dich über den Tellerrand hinweg schauen lassen und ein wenig Magic in deinen Alltag bringen, dann bist du hier genau richtig. Dieser Podcast, ja, der startete mit meiner Heilreise. Ich habe davon berichtet, wie ich meine Neurodermitis, Akne, Gürtelrose, Darmbeschwerden, Allergien, Panikattacken und Rückenbeschwerden losgelassen habe. Und ich habe dir erzählt, was ich für Körper, Geist und Seele gemacht habe und was ich sein lassen habe, um gesund zu werden. Und in den letzten Jahren haben sich das viele tatsächlich zur Inspiration genommen und das freut mich wirklich sehr. Deswegen gibt es den Podcast auch immer noch. Der hat sich aber natürlich genauso wie ich auch in den letzten Jahren ziemlich weiterentwickelt. Und so haben sich auch die Themen etwas verändert. Gleich geblieben ist allerdings, dass ich ein sensibler Mensch bin, der in einer sehr lauten und schnellen Welt immer wieder zwischen Begeisterung und Überforderung pendelt. Ja, ich stehe am liebsten mit beiden Füßen im Wald und stecke den Kopf sehr, sehr gerne in die Sterne. Also ich bin, würde ich sagen, eine realistische Träumerin, eine bodenständige, spirituelle und eine extrovertierte, introvertierte, wenn es sowas gibt. Auf jeden Fall ein feinfühliger Kopfmensch. Und deswegen besprechen wir Themen wie Hochsensibilität und Hellsinne, übernatürliche Phänomene, die Botschaft von Symptomen. Ich spreche über den Mond, Astrologie und aktuelle Energiethemen, Schwangerschaft, Mama sein, Weiblichkeit, Erdung, Intuition, Selbstheilung und vieles, vieles mehr. Denn ja, mittlerweile bin ich Mama von meinem ersten Sohn. Und das verändert natürlich wieder alles und beeinflusst auch meine Podcast-Themen. Und ich möchte euch weiterhin da auf meine Reise auch mitnehmen, wie sich das Leben so lebt als hochsensible Mama, die sehr vieles hinterfragt und ja, ziemlich vieles anders machen möchte, als es so normal ist. Was das Ganze nicht unbedingt einfacher macht. Mit meiner kleinen Familie wollen wir also bald auch aufs Land ziehen. Am besten umgeben vom Wald, am See, ja einfach mitten in der Natur, wo viel Platz für Kreativität und Selbstentfaltung ist. Und wahrscheinlich finde ich dort wieder 100 neue Hobbys und kann euch dann irgendwann erklären, wie man Sauerteigbrot backt, Gemüse anbaut. Und wenn du darauf Lust hast, dann komm mit. Ich freue mich, wenn du mich begleitest. Wenn du Lust hast auf Vielfalt und Feenstaub, dann bist du herzlich eingeladen, mir zuzuhören. Ich freue mich, wenn du Lust hast auf Vielfalt und Feenstaub und Feenstaub und Feenstaub und Feenstaub. Ich freue mich, wenn du Lust hast auf Vielfalt und Feenstaub und Feenstaub.